Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Montag, der 20. Mai 2019. Mein Name ist Norbert Giesow. Ja, alles geht einmal vorbei und so ist es auch mit dem Vollmond vom Wochenende. Dieser ist längst vorbeigegangen. Der Mond ist abnehmend und läuft im Schützen. Dazu gleich mehr. Und auch die Stierzeit geht jetzt allmählich zu Ende. Wir sehen hier die Sonne kurz vorm Eintritt in den letzten Grad des Stiers. Und die Sonne wird morgen am Dienstag in den Zwilling wechseln. Morgen früh um 10 Uhr wechselt die Sonne ins Zeichen Zwillinge. Das heißt, wir haben heute so eine Art Tag des Übergangs. Tage des Übergangs können immer etwas verwirrend sein, weil eben das Alte hier jetzt die inzwischen 29 Tage dauernde Stierphase zu Ende geht und jetzt morgen die 30 Tage Zwillingszeit beginnt. Und im Übergang zwischen diesen beiden Zeichen ist es immer etwas verwirrend, weil der Stier als ruhiges Erdzeichen und der Zwilling als unruhiges Luftzeichen doch sehr unterschiedlich sind. Mit dem Zwilling beginnt eben die Zeit der Information, der Begegnung, des Austausches, der Informations- und Wissensgewinnung. Oft eine sehr lebendige, aber unruhige Zeit, in der typisch dem Zwilling es wenig jetzt um Kontinuität geht, sondern auch immer um Neues, um das Zusammenbringen unterschiedlicher Informationen. Interessanterweise, und das sehen wir hier ja auch so ein bisschen, ist auch Merkur, der nahe Sonnenbegleiter, rückt hier auf die Sonne auf und auch Merkur wird morgen um 12.53 Uhr in den Zwilling wechseln und um 15.08 Uhr morgens treffen sich dann Sonne und Merkur im Zwilling, also Sonne und Merkurin gleichzeitig quasi oder kurz danach ins Zeichens Zwillinge und setzen hier dann gleich morgen einen klaren Punkt, sodass man schon damit rechnen muss, dass morgen so eine ganz andere neue Energie sozusagen kommt und das ist eben abhängig vom individuellen Horoskop, ob uns diese neue Zwillingsphase behakt oder nicht so sehr behakt. Der Mond befindet sich heute im Zeichenschütze, was sehr viel damit zu tun hat, dass es darum geht, Selbsterkenntnis zu erlangen, größere Zusammenhänge zu erkennen und eben auch die natürliche Bewegung, die im Zeichenschütze enthalten ist, auch umzusetzen, das geht auf körperliche Art und Weise, Mondschütze ist irgendwie beweglich, mag sich gern bewegen, aber auch eben geistig, dass wir uns eben auch darum bemühen, größere Zusammenhänge zu erkennen und aus diesen größeren Zusammenhängen dann eben unsere ganz persönlichen Schlüsse zu ziehen. Der Mond macht dabei heute zwei Aspekte, zwei wichtige Aspekte, er geht ins Quadrat zu Neptun, das ist heute um 12.33 Uhr exakt, also um die Mittagszeit Mond-Neptun, kann so ein bisschen Verwirrung sein, aber auch eine gute Zeit tiefer zu gehen oder auch eine Meditation oder spirituelle Übung zu machen. Und am Abend um kurz nach sieben, dann ist der Mond auf Jupiter sicherlich eine gute Konstellation, um zu philosophieren oder sich eben, wie ich sagte, größere Zusammenhänge deutlich zu machen oder eben auch mal auf Wachstum zu setzen. Vielen Dank für die eingegangenen Spenden, das ist egal, wie groß oder klein hier die Summe ist, ich freue mich da über jede Unterstützung und Anerkennung meiner Arbeit. Ich wünsche uns allen heute einen schönen Montag, einen schönen Wochenanfang und sage Tschüss, bis morgen!